Die Rohbeck-Hausverwaltung betreut und bewirtschaftet Immobilien in Bremen und Niedersachsen. In unserem Büro in der Sagerstraße 39 in Bremen-Fegesack betreut Herr Beckmann zahlreiche Immobilien in Bremen und Niedersachsen. Ob es nun um die Verwaltung und Koordination von Mietshäusern oder um die Pflege von aufwendig sanierten Wohnungseigentumsanlagen geht. Herr Beckmann achtet stets darauf, hier optimal für Eigentümer und Mieter zu arbeiten und die Unterhaltskosten zu senken. Lassen Sie sich doch einfach einmal ganz entspannt von Herrn Beckmann fachlich beraten.